ist er da oder was? Ja, kannst queuen. Delay jetzt angemacht, 30 Sekunden. Geh nicht zurück, ich hab das im Griff. Ich bin keine Blume. Hey Guys. Hallo Mate. Da fällt gerade ein, ich hab immer noch das Rising Gaming Logo bei mir drin. Das muss ich auch mal rausnehmen heute. Wo drin, wo? Ja hier, Rising Gaming, wo ich das Team erstellen wollte. Da bin ich jetzt ja auch raus, weil ich hab da keinen Bock drauf, Digga. Modern Warfare versucht ein Team zu gründen. Jetzt zu Valorant nochmal. Aber es dauert halt, ne? Ja, was heißt dauert halt? Das Problem sind halt auch einfach so... Die eine Sache ist halt, gute Spieler zu finden. Okay, da waren ja ein, zwei dabei. Mit denen konnte man halt auch was anfangen. Aber das Problem ist halt, dass die sich alle nichts sagen lassen. Und ich mich jedes Mal rechtfertigen muss. Wenn ich mit zehn Jahren mehr Spielerfahrung irgendwas sage, muss ich das halt rechtfertigen von so einer 20-jährigen Keksbärne, weißt du? Das ist halt, da hab ich halt keinen Bock drauf, Alter. Ja, das ist halt, das ist das Typ. Das ist der Typ. Ehm, komm, A. Drei, der Typ ist der Typ, der Typ ist der Typ. Falt, du? Jungs ist ein Typ, ähm, aber meinst. Für sie. Der Typ war A und er ist 45. Der Typ war A und er ist 45. Ich dachte ja eins, wenn ich diesen Danny da nicht zugeholt hätte, dann wäre das niemals so passiert, wie es passiert ist. Der hat am meisten rumdiskutiert, ey. Der nicht den? Ja, der hätte ja auch auf den Sack gehen, dieser Robs. Der Danny, der auch so alt war wie ich, aber halt nicht mal halb so viel Ahnung hat. Ja, ja. Die haben ja alle einen auf Ahnung gemacht, Digga. Ja, ich weiß. Ich hab da einfach in diesem Tryout-Runde gemerkt, du rutscht voll abseits so, was eigentlich nicht passieren darf, weil von vornherein klar ist geworden, was deine Rolle ist. Da wusste ich schon, dass irgendwie auch die Diskussion während des Matches und so. Ich steig hoch. Zwischen die Augen. Ich heile dich. Von hinten, Window. Was passiert? Ein Gegner übrig. Gegner entdeckt. Makellos. Ich hätte meine Arme zu Hause lassen können. Sind wir das jetzt durch oder was? Ich hatte dann inzwischen auch einen Tryout gehabt. War dann als Phoenix unterwegs und dann war der IGL überrascht, dass man mit der Wall curven kann. Und dann war ich danach auch direkt gelieft. Na ja, da sind wir wieder bei dem Thema, sich nicht mit dem Spiel auseinandersetzen. Ja. 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 Oh. hab sie gefunden hab den spike erledigt sowas von tot ich steig hoch Das ziehe. Was machst du denn? Das ist von C. Das ist von C. Vorsichtig. Nice. Da ist ein Phantom behind you. Ach, dass du die Bombe da hingeschmissen hast. Komm runter, Peter. Alter, wie viel Geld habe ich? Ich habe einfach nie gekauft. Na, läuft. Auf die Einzelziele. Push Tür mit meiner Ult rein, by the way. Vorsichtig. Gegner gesichtet. Komm schon, lass. Du bist an ihm vorbeigelaufen, Digga. C down. C clear. C clear. Warte auf, warte auf. Double direct. Ja, warum bleibst du da nicht? Richard klingt nach. Achso, weil du... Achso, alles klar, ja. Alles gut. Lichtkraft. 2-1 was double do. Watch out clone, maybe. Through the fucking smoke. Ausgedixt. Weckter. Nice try, good Cory. ich soll ernst machen alles klar das gibt es nicht ne ich hab so rollo gardine und rechts springt immer ab wickel das extrem mühsam hoch so ne du musst trocken ask for something sage kann drop let's go nice let's go man Halt den Spikes! Halt den Spikes! Halt den Spikes! Close doors Spikes heimgelassen DAS! Halt den Spikes! Backbill Sage ist vorliegen nach der See Dernwegfrag kommt Halt den Spikes! So Can you smock on B? Brim To fake it And Pritch on me locking to A Ah, ein Spot. 2 auf B. Ich denke, wir sollten diese Zeit decodieren. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Warte. Sie sind sehr schlecht. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen. Ja, sie sind nicht gut. Ja. 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 Free firet sein Urgroßvater, einer am spawnen bei uns. Lass nochmal Tür einnehmen zusammen Diesmal moll ich aber nicht Alter Silber 3 und hier wird was über Reflex erzählt was ist denn hier los Woll 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 Zum Go back go back go back Go back finish Kannst du window kommen? Ja einen Moment ich hol den eigenen wieder Ich komme zu euch mit dem Spike Okay Ich komme, ich komme Search on C, einfach A Ja ja, auf meinem Weg Halt die Angeln, Leute Halt die Angeln Ich habe CT, ich zeige dir nicht von CT CT CT1 CT2 Serious Fahne Ich würde blicken Fuhren Heffлаг Ver Ab Jump Die Okay Sage, go open on C I flash you when you open with your sight Okay, you don't speak French, yes No, try it, I molly you as bait Sage, STV, aggregate Okay, nice We can probably go A, so what was there? Shooting is zero Okay Door out Watch out Watch out One longer, she is Two, last longer Nice Ich will push sie, was man holt. Warte, ich will weiter mit, ja. Oder ist hier eine unsichtbare Decke? Ne, ist hier die Kante, ne? Vorsichtig. Sie blätet. Das war. Ich werde Klonge. Ich werde Klonge. Ich werde Klonge. Ah, das ist schon. Machen wir weiter so. Let's keep it rolling. Lass mal hier hochgasen. Ich stelle rechts ne Woll. Okay, hast du schon. Der ist auf minus 111. Go back, go back. Steig hoch. Ich werde Klonge. Geh, bitte. Ich werde Klonge. Entschuldigung. Ich werde Klonge. 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 Ein Gegner übrig. Jawohl. kann der skala von eins das wird scheiße, wie sieht das aus das sieht absolut beschissen aus ja A close good shot da kommt einer, kurz na der hat fokus auf mich hallo kannst du kannst auf B kommen ja auch was sagen eigentlich muss ich immer weg mit der bombe C clear yes 1 minute 100 HP auf A ich plant für CT ja soll ich gerade mit E's planten ja nichts CT ich steig hoch da ist 50 HP da ist 50 HP flashing blum mach connector zu mhm der bock ne ok go go letzte runde vor dem wechsel gebt euer ganzes Geld aus oder gebt es mir ist so oder so ne gute sache he he halber ist von guco alter lacht euch nicht aufhalten vorsichtig vorsichtig gegner gesichtet von die walls und da kommt zwei die die storm vom dem ab schaue Ja, A ist klar. Nein, ich komme. Du hast CT. Bleib mal kurz. Du hast CT. Oh, warum macht er denn sowas? Clash jetzt. Warte, ich versuche zuzumachen. Oh, nice. Ah, ist nicht zu, ist nicht zu, ist nicht zu. Alles gut. Sprengst du, sprengst du. Sprengst du, sprengst du. Sprengst du, letzte Mal. Auf der Seite. City, City, City. To your left. Onspot. Weiß auch nicht, wieso der da so All-In gegen Ceti spielt. Ich weiß es auch nicht. Ich wollte ihn noch heilen. Dann hab ich die Wall-Ped. Why? What the fuck? Wait, come on. It's wasting all time. You are like All-In. You are going All-In against City and asking me about what I am doing. Come on, man. I am the wrong person. Beide A machen? Ja, Mann. Lass mal beide hier rumziehen mit Flash. Okay. Die kriegen ja eh Info für kurz dann, wenn wir jetzt peaken. Sie werden müde. Wir bleiben stark. Oh shit, alle. All-A. Warte. Komm rüber. Komm kurz. Wollt er durch? Nee. Ich hab lange abgemolli'd. Nice, schön. Belegt. Planting A. Lohn. Mach die Scheiße dazu. Nice, schön. Tag gespielt, Mann. Ja, gerade. Minus one and three and twenty. He-bike shield, what the fuck. Lass uns nicht von unserem rechtschaffenen Pfad abweichen. Das war jetzt auch grad richtig nice, Alter. Das war aber auch Lack. Sie zieht die Wall. Ich bin oben drauf. Geh auf Kasten und... Ja, das war gut, ja. Ich konnte halt lang halten noch. Hab da noch Molly auch hingelegt für die. Das haben wir gut gemacht. War echt gut. In der Zwischenzeit die sah scheiße aus für uns, aber dann... Haben wir noch gemacht. Vorsichtig. Komm, wir gehen. Zweig noch mehr. Krösche, der will doch. Oh, das war's dann für dich. Vorsichtig. Doppel Door. In der Raum. Die Doppel Door. In der Raum. Der nächste Flasch. Wer ist Masse? W-M-M-M-M-M-M. Weißt du, was ich jetzt mache? Da geh ich ja nochmal auf Lang-Gruh, mit dem einen Ulti-Punkt auch noch. Ach ne, wir sind beide zusammen. Okay, alles gut. Oh shit. Doppel Door. Von B ist down. Der Spike haben wir hier. We get the Spike. We get the Spike. We get the Spike. Nice. Hey, he's good, man. Easy, easy. Warum wollen Sie unbedingt sterben? Schön die Flash in den Mund gesteckt. Ja, der stand dreimal so offen für mich, ne? Aber da habe ich da oben die vier gesehen. Aber nice, dass du aber nicht denkst, das war sehr, sehr angenehm. Ich push wieder bitte runter einfach. Oh, das ist wieder der Entry. Da holten wir den weg. Nein. Gerade auf die Minimap geguckt. Ein Gegner übrig. Noch einer, noch einer, noch einer als der ist. Ja, ja. Ja, das sind aber auch keine Gegner, Digga. Ja, das habe ich auch vorhin gesagt, ey. Das ist halt. Man muss halt einfach nur cryten. Wenn man halt mal ein Spiel scheiße ist oder das mal nicht läuft, dann darf man sich da halt auch nicht dran aufhängen. Auf der ELO. Wenn du vier, fünf Stunden hintereinander kassierst. Ja, aber das ist dann halt auch, weil du mit Leuten spielst, die das Spiel nicht verstehen. Ja, ja, genau. Das ist halt egal, ob im Discord oder ob das random sind. Die meisten im Scrim-Discord sind auch noch mit dem Mund gut. So. Kann der bitte kommen? Kann der so verkommen? Der ELF ist am Beliebeleibers. Mit clear. Recht neben dir. Einheit, ich krieg deinen Clown. Doi. Da, er sitzt, Alter. I see nobody. Let me do some kill for a cup, please. Jesus, der ist vor ihm und er schleicht auf gefühlt zwei Meter an den Rand. Da habe ich... 135 Assists, Digga. Ah. Negalob, Sache, die wichtigsten stehen oben. So, jetzt hole ich ein Prediction. Ich habe es im Gefühl. Die Mühe können sie sich sparen. So eine Zweier-Salve. Klack. Lass den Himmel leuchten. Klack, klack. Wusste ich doch, dass da einer ist. Can you move? Gegner gesichtet. No, I can't. No. Noch einer lang. One C, what's up? Minus 39. Ja, one is two is. Two is an A. Key loaded. One C, what's up? Any plant. Two already on site. two. One C, what's up? Noch ein Sieg, dann geb ich ne Runde aus. One more win. Jetzt einfach all in. All in. Können wir zusammen mal pushen. Gucken wir mal. Ich hab jetzt OP. Ich schmeiß den Molly Bundle. Bleib mal lang stehen. Das sieht von der Silhouette aus, als wärst du hier so ein Sommerschnell hier. Stiercamper. Wenn du diese Handbewegung machst. Weg mit dir. Ist nichts vor A ne? Ne. Ich push mal mit dir. Oh alter, da wurde... Hast du einen weggecheatet oder was? Ne, der ist hier und nach links weggefallen. Nach dem Duschen Mauer wohl. Nimm den doch. Bord der Bord. Das geht jetzt mal. Ist er auch da? Ne, da muss lang sein. Muss lang sein. Ah, da bleibt er sich. Spike platziert. Was für ein Flick. Oh. Oh. Was für ein Flick. Oh. Es geht os, wie ich tatsächlich Although im молit vom Wenn wir uns umlé�ernos, mit einem Ihnen